Nein. Gucken, ob ich vielleicht nach 5-5-8-0. Du kriegst nix. Nein, er sagt das doch so. Nein, 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 nein! Ich hab kein Tor mehr gehabt! Das war mein Tor, also mein eigenes Tor. Ja gut. Wie der Ball auf einmal wieder kommt. Kalkuliert, jaja. Hat seinen Taschenrechner rausgeholt und eine Brille aufgesetzt. Oh Gott, oh Gott. Was macht ihr da vorne? Ein Tor. Ich hatte mich nicht ein Zentimeter berichtet. Na gut, nach hinten. Beobachtung, beobacht dich. Was passiert denn dahin? Zuerst habe ich ja den Ball da blockiert. Ich bin vorbeigeflogen und dann vor dem Ball. Diese freundlichen Kreisdäne. Oh, Alter. Diese Quetsche ist echt gut, Alter. Was musst du so sagen? Oh, Alter, ich wurde da hingeschossen. Oh, was soll ich da? Also wieder. Was war das denn geiles? Alter. Ja, ich habe es gesehen. Alter. Tag war es gut. Das hat man ja schön den Auspuff gereinigt. Was? Ja, bei unserer Karre muss der komplette Auspuff neu gemacht werden, Alter. Komplette Ding, Alter. Komplette Auspuff, Alter. Abcut. Oh, Alter. Oh, Alter. Ja, das war, Alter. Da konnte ich nicht, äh... Vor allem, wie ich da gerade mitgefiebert habe. Ich bin so schnell gesprungen, wie es nur ging. Ja, ich weiß, aber du bist zu spät gesprungen. Deine Mutter ist zu spät gesprungen. Da muss man sich drauf einigen. Kannst du ja nichts für eine bessere Reaktion hast. Aber du bist zu spät dafür gesprungen. Tag. Deine Reaktion will ich mal sehen, wenn du das gemaschen hast. Das war schon eine sehr gute Reaktion eigentlich. Ja, das war schon. Ja, ich war zu. Alter, wir haben gerade alle nach vorne getauscht, ey. Ah, schade. Alter, Klatsch. What the fuck. Wow, warte. Oh, Alter, warte. Sag mal. Harry. Hirsch. Oh. Ähm. Geil. Danke. Mann, ich will wissen, was in meiner Kiste ist. Wie lange geht die Folge schon? Die ist frisch. So, ich hab gedacht, wenn das jetzt eine wäre, die nicht mehr so frisch ist, dass man dann hätte zum Abschluss nochmal schnell die Kiste aufbinden können. Ah, Matsch. Kann man ja auch am Ende der Session machen. Das war wieder Reaktion, mein Junge, Alter. Deine Mutter. Mach ein Reaktion-Video. Alter. Alter. Boah, sag mal. Reaktion-Videos, die ich irgendwie, äh... Ich verstehe nicht warum. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Das war ich. Oh, 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 oh. Ach, das war ein Torwart. Den hab ich ja gar nicht gesehen. Was für eine Parade ist die. Das ist fast so gut wie ein guter Schuss. Wie. Guter Schuss. Oh Gott, Alter. Und nicht mittendrin in der Mitte, weißt du? Alter, super. Zwei Boxhanschuhe. Zwei Boxhanschuhe. Boah. Und noch einer. Das war meiner, Alter. Und unser Torwart wurde getorbot. Und ich wurde getauscht. Aus dem Tor heraus. Alter. Aber das ist eigentlich gut. So bin ich, äh, äh, vorne. Das war meiner. Oh, 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 oh. Das war meiner, sorry. Das war mein Eis. Das, äh, äh, äh. Alter. Boah, das war aber jetzt ultra knapp wieder am Ende. Naja, der hat wieder Magneten, Alter. Das ist immer schießt mit Magneten. Er hat da richtig rausgezogen. Ja. Hätte ich den nicht noch ein zweites Mal getroffen, dann... ...hätte er den rausgezogen. Ey! Hähnchen! Was denn? Was war mein 100er? Ja, ich zieh immer voll durch da, Alter. Deswegen krieg ich den meistens. Oho. Haha, fast. Fass. Oh, wir haben einen Afkala. Wir haben... Echt? Ja, doch. Nee, jetzt fährt er wieder. Das liebe ich immer. Wenn sie gerade springen, Alter. Und dann den Torwart schießen. Robo-Krieg. Na, da... ...heben sie immer ab. Ich achte auch immer darauf, wenn, äh... Ich warte auch immer, wenn die springen. Ja, muss einfach. Das kommt einfach geil. Oh, das war schlecht, Alter. Hahaha. Da hab ich keinen Recker gehabt. Da hab ich den. Alter, was war das denn für ein Grummel? Oh, stopp. Den glaub ich dir mal. Nicht. Den glaub der sich selber. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Oh, das war scheiße. Ah, das war ganz... Uh, hallo? Hallo, Ball. Hahaha. Wie ich die ganze Zeit den Ball angegeinert habe. Boah, was... Hahaha. Was war das denn, Alter? Hahaha. Hahaha. Alle wollten sie zum Ballen und dabei war ich derjenige mit Faustgottes. Hahaha. Was ist denn los? Was ist denn los? Oh, scheiße. Ich dachte, wie er es hat sich getroffen. Oh, nein. Boah, Alter. Oh, Alter. Was ist denn hier los? Alter! Komm. Hab ich dir den ins Gesicht geknallt? Ja. Du hast ihn leider, äh, schade. Hättest du besser kriegen können, Alter. Das wäre geil. Nein! 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 Ich hatte Faustgottes zur Verfügung. Oh! Ja, scheiße. Komm, das haben wir. Das geben wir jetzt nicht mehr her. Uff! Bats! Unser... Unser Sieg! Bats! Oh, was? Alter, der ist halb rüber. Da ist ja immer gewesen. Und wieder keine Kiste. Da einspiel schaffen. Okay. Lalalalala! Was denn? Was denn? Halt es! Hmhm. 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 Teamsteak ist irgendwie ganz schön krass eingestellt bei mir. Inwiefern? Also, das Gekratze kam fast gar nicht durch. Okay. Du hast es gehört, oder? Nee, weiß nicht. Keine Ahnung. Ich glaub schon, da war wieder so ein hässliches, irgendwie so ein behindertes Geräusch. Keine Ahnung. Weg da mit den Stacheln. Oh, ist noch ein Turbo gegeben. Alter, der Arme. Was zur Hölle? Guck mal, wie ich da hinterher gehechtet bin. Was ist denn? Alter, was war das denn? Ich will ihn, ich will ihn. Oh, das war so ein Beispiel so für, ähm, den Gönnigkopf. War eigentlich gar nicht so beabsichtigt, aber kam gut. Boah, was zur Hölle. Ähm. Ich hab überlegt, mir doch den Pömpel zu benutzen, aber dann hab ich gedacht. Ja, nee, Pömpel ist doch ein bisschen zu krass. Boah, Zeit. Zwei Tore innerhalb, äh, einer Minute. Was ist denn mit dir da los? Harry, 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 Alter. Boah, wie hat er angejumpt kam? Alter, du Arsch. Was ist denn, Alter? Das war meine, äh, Fallrückzieherpunkte. Boah, Alter, klatsch. Boah, Glanzparade. Gib mir endlich den scheiß verfickten Ball. Leute, ich hab' beschnachelt. Glanzparade, obwohl ich da wieder aus der Ding gefallen bin. Ich hab' auch fast eine Parade noch hingelegt. Aha, scheiße, da war ich zu schnell. Wo bin ich? Alter, scheiß Sturm. Boah, Alter. Ich hab' den Turbo gegeben. Fuck. Tart. Ich hatte die ganze Zeit, wie er es hat. Äh, Boxer und Turbo. Konnte nicht drauf. Jo. Was, du das? Ja. Oh, Mann. Das ist schlecht, das ist scheiße. Das ist gut, das ist super. Ich weiß gar nicht, was du hast. Das ist schlecht. Ich hab' immer Angst, dass der dann da von hinten kommt, den kriegt und richtig in unsere Richtung fresset, Alter. Ja, deswegen ja immer einer hinter. Ja, ich stand ja ganz hinten. Aber teilweise sind die halt so kacke zu kriegen, wenn die genau in der Ecke gehen zum Beispiel. Ja, aber gerade, wenn die von da hinten schießen, hast du meistens viel Zeit, um die was zu überlegen. Oh Gott, oh Gott, das war eine schlechte Reaktion. Vielen Dank. Hab' ich dir den raufgepimmelt? Oh, Alter. Ja, ja, so relativ. Ich musste natürlich noch hinfahren, aber war gut. Von deiner Richtung gepimmelt. Ja. Und wieso krieg' ich eine andere Vorlage? Nee, und ich nicht, ich. Keine Ahnung. Ich versteh' das System irgendwie nicht. Ich pimmel' dir da perfekt drauf, Walter, und er fühlt sich, ne. Ups, das... Ah. Walter. Ah, nein, 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 nicht jetzt, nicht jetzt. Ich hab'... Oh Mann, ich hab' Box-Anschuhe. Auf, ihr Wichser. Alter, hör' mal auf, jetzt. Oh Gott. Hey, hallo. Oh, Karim Papi hat das Spiel verlassen. Er ist wohl erwachsen geworden. Ja. Oder er ist grad Papi geworden. Oh Gott. Parade! Schade, ich hatte meinen Magneten dran, das wär' so geil gewesen. Ja, ja, deswegen, ähm... Wenn mir ist das hier, äh, dadurch die richtigen Fall gewesen. Ja, aber der, der ist, der, ja, gerade deswegen ja in die andere Richtung geflucht. Ja, der wär' so geil gewesen. Hännchen? Schass oder denk'n? Nee. Ich hätte sogar schlafen gehabt. Aber ich hatte keinen Turbo, deswegen nutze ich nicht. Hännchen? Sehr gut. Oh, Alter! Ah! 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 Und da ist der, ah ne, einer, Null-Member, aha. Das ist wohl ne Null-Nummer. Und gleich, Barth, Tor, 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 Tor. 10,5 verloren. Ne, okay, er ist ne Null-Nummer. Alter, ich bin bei den Gegnern gespawnt. Schade, Alter. Also, oh, oh, noch Schade. Da, 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 da. Ah, schade, ich hab' den leider nicht richtig gek-äh-äh-äh-äh, weil ich wieder aus Versehen den Ball eingefroren habe. Warum muss ich auch immer wieder, den Stickle so richtig rumdrücken, ey? Ja! 형, der hat auch den Winter benutzt da eben gerade in der Bombe. Genau oben, ich weiß gar nicht, was, 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 wasre grenzt. BATS? Oh, oh. Oh, oh. Sober. Oh, oh, oh. ooo alter was machst du da da kann man gar keine Tore machen deswegen schießte ich den immer weg wie ein guter als wenn einen Krieg wäre jetzt aber in die Mitte 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 Ach scheiße mach ich mal ein Wirbelsturm hier Leute, fick mal ein bisschen wow NOIN Wir wollten ein Tor machen, oder was? Klatsch! Autsch! Immer diese Klapsche auf den Popo! Äh, hallo? Lass doch mal hier, du Ball! Sag mal! Was war das denn, Harry, alter? Das war ja nicht mal ein Versuch, denn... ALTER! Bomben! Alter, der, 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 der feiert, der nie ein Leben gekriegt! Ein Leben für alle! Hm! Wieder keine Kiste, Alter, der hat sechs Spiele! Von mir auch, leider nicht! Ich bin schon bei sechs Spielen, leider nicht schlecht, Alter, jetzt höre ich aber auf! Atmut, atmut, warte mal, hab! Deine Felgen mussten wir auf jeden Fall gleich mal zeigen! Ja, ich zeig dir erstmal meine Felgen! Oh, soll ich dir mal meine Felgen zeigen? Wirst du meine Felgen sehen, oder? Wie nehmen wir das? Hm... Willst du wirklich meine Felgen sehen? Warte! Warte! Irgendwie! Warte! Warte! Mein Controller ist doch scheiße eingestellt! So, das hier sind die normalen! Ja! Und das sind die neuen! Die sind geil aus! Aber! Also schlecht! So, dann wollen wir mal schauen! Das kann ich nur träumen! Inventar! Kisti! 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 Hallo Kisteturbo! Mann, du bist aber eine turbohafte Kiste! Schlüssel benutzen! Ja, aber da kriege ich noch scheiße! Scheiße! Ja, da ist selbst die Mystery Dings scheiße! Ja, siehste! Kurz vor Endo! Habe ich die nicht sogar schon? Warte! Habe ich die nicht schon? Ah, warte! Alter, ich habe die jetzt viermal! Aber ich habe die für vier verschiedene Autos! Das ist natürlich schön! Ach, Schlangenhaut wieder! Ja! Für den Octane diesmal! Hä? Hattest du schon lange? Nein! Ich habe X-Devil, Dominos, Breakout und Octane! Oder habe ich dir die Octane gegeben? Keine Ahnung! Wollen wir mal kurz! Octane! Da habe ich die Octane! Wo ist mein vorgefertigter Octane? Da waren wir! Octane, Octane! Kann sein, dass du mir die gegeben hast! Weil ich habe die auf jeden Fall auch! Ach so! Da habe ich die sich wahrscheinlich gegeben! Na gut! Hi! Schlangenhaut ist jetzt nichts Schlimmes! Die Fangs sind geil! Kann man auch nicht was machen! Naja! Nächste Folge! Tschüss! 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 Auf Wiedersehen!